Ich teste die nächste Muschelbank hier am Bärensee, schön mit muscheligen Ködern und da zieht schon einer ab, den bremsen wir erstmal. Also ich stehe hier am Bärensee, es wird mal wieder Zeit, mit meinen Fiederruten diesmal, also nicht mit dem super dicken fetten Setup, sondern mit den Fiederruten und den da drauf gebauten HSV Rollen, auch noch nicht mal gepimpt, das heißt ich habe hier so ungefähr 15 Kilo an Bremskraft auf den Rollen und das muss reichen hier am Bärensee, denn wir sind ja hier auch noch relativ klein unterwegs. Ich stehe jetzt hier gerade seit 2-3 Minuten erst, gerade frisch hier hin und ich habe mir gedacht, komm Alter, teste doch einfach mal die nächsten Muschelspots. Bisher auch noch ohne Futter-Mische, einfach nur hingegangen, rausgeworfen mit muscheligen Ködern und dann mal gucken, was geht. Hier hat gerade auch was gezuppelt, das hat aber schon wieder aufgehört. Dann ist aber jetzt hier was dran, sehr schön. Ja und jetzt geht es halt los, einfach mal testen, ob hier an dieser Stelle auf der Muschelbank nicht auch so ein bisschen was rauszuholen ist und vor allem teste ich halt wie gesagt erstmal ohne PVA oder irgendeine Futter-Mische, einfach erstmal die Muschelköder reinwerfen und gucken, was reinbeißt. Und bisher sieht es gut aus, gar nicht verkehrt. Ich habe jetzt hier zwei Routen, also die beiden äußeren hier auf Pop-Up-Rig und die erste hier ist auf klassischer Haarmontage. Auf die Sets gehe ich gleich nochmal detaillierter ein. Erstmal gerade gucken, wie es denn hier so anläuft und ich muss sagen, bisher wirklich schon ganz okay, bin ich doch schon ganz zufrieden. Die Größe ist natürlich jetzt immer noch ein bisschen die Frage, ballern hier auch gleich nochmal ein bisschen größere rein. Bevor ich das jetzt hier mit Futter-Mische beeinflusse, wollte ich halt erstmal checken, ist hier überhaupt irgendwas und reagieren die Fische auf Muschel? Wenn ja, geht es dann eben gleich in die Mische. Muschel, Muschelbank hatte ich das jetzt gerade mal genannt. Das ist hier die Futter-Mische, die kommt dann gleich mit der Rakete raus. Basis, einfach gemahlene Erbse, Muschelfeeds mit da drin, Flusswandermuschel mit drin, genau. Krabbe und Muschel, hier mal ein ganzer Boily sogar mit drin, ungeschreddert, 14er Boily. Mal gucken, ob das nochmal so ein bisschen Auswirkungen macht oder nochmal sich so ein bisschen positiv auf die größeren Brocken dann auswirkt. Ja, Muschelsoße drauf und fertig. Das Ganze dann, wie gesagt, hier mit der Trocken-Mische und der Futter-Rakete dann gleich ausbringen und gucken, was geht. Sollten jetzt hier Barben schon mal reinballern und ich glaube, ich warte sogar vielleicht noch bis in die Morgenstunden. Sollten hier Barben reinballern, ändere ich das, glaube ich, dann doch nochmal ab mit dem Futter. Und dann geht es in Richtung klassische Barbenmische als Basics mit zwei Varianten Muschel. Hatte ich letztens im Muschelbank-Tutorial, Muschelbank-Video am Bernsteinsee auch schon gesagt. Ich glaube, ich bastel das einfach mal eben zusammen. So, und da ist es auch schon zusammengebaut. Ratzfatz, ich hatte ja eh schon hier die Muschelfeeds gerade drin. Heißt hier eben die beiden Komponenten mit reingenommen, die Sonnenblumenkerne mit reingenommen. Und jetzt ist es quasi schon die Barbenmische plus Muschel. Also Barbe, man kann das auch nennen, Barbe Original plus Muschel. Und dann haben wir da jetzt quasi eine klassische Barbenmische. Ich denke auch da ist diese Lehmkomponente ganz wichtig, dass es alles schön kompakt auf dem Grund bleibt. Und die Barbe da schön rumgründeln kann und nach Futter suchen kann. Dann, das stellen wir jetzt einmal her. Dann haben wir hier die nächste Mische. Zack, dann habe ich die schon mal. Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier abgeht. Und ob hier auch noch ein bisschen was geht. Ich hoffe natürlich. Ja, da kommt auch schon direkt der nächste Kandidat. Immerhin wieder ein schöner Spiegler. Kann man schon mal mitnehmen. Von der Position her, Zack, zeige ich nochmal eben, wo ich hier bin. Und das Ganze, wie auch beim letzten Karpfen-Video, einfach mal wieder die Map aufgemacht sozusagen. Und dann hier auf der Map geschaut, an welcher Stelle sind denn hier die Muschelbänke. Und dann eben diese Muschelbänke einfach ausgemessen. Wie weit ist das entfernt? Und an dieser Position hier 17 Meter hier unten. Und ja, dann ausgeworfen, nochmal vorher gecheckt, mit meiner Markerroute den Untergrund nochmal abgecheckt. Ist das wirklich da? Ist das wirklich auch auf diesen 17 Metern? Also ich sage mal so zwischen 18 und 16 Meter ist auf jeden Fall da die Muschelbank. Das heißt, man hat auch einen etwas größeren Radius, um da auf Nummer sicher zu gehen. Heißt, wenn man auch mal ein bisschen weiter wirft oder es flippt ein bisschen zurück. Man landet da schon so einigermaßen sicher auf der Muschelbank. Das ist schon mal ganz praktisch. Ja, und wie gesagt, die Muschelbänke einfach mal abzugrasen, ist halt für den Anfang eigentlich auch eine relativ sichere Sache. Ihr seht, ohne jetzt gerade irgendwie was rausgeworfen zu haben. Ich war hier vorher noch kurz am Jammer und jetzt, wie gesagt, hier seit sieben Minuten gerade zum Bärensee und einfach mal geguckt, was geht. Und das sieht doch alles bisher ganz vernünftig aus. Ja, wie gesagt, noch keine Futtermische drin. Ich warte auch noch, wie gesagt, die Morgenstunden ab und dann sehen wir mal weiter. Na, das ist doch gut. Das ist doch ein gutes Zeichen. Auch die Route hatte ich jetzt gerade nochmal eben umgebaut auf Pop-Up-Rig. Pop-Up-Rig und zwar jetzt hier mit Boily und Mais. Sehr, sehr schön. Wir gehen mal hier schön wieder rein in den Blank. Gerne ein bisschen so schräg hochziehen. Plus hier schön in diesen 90 Grad Winkel wieder einmal hart rein in die Route, damit der Fisch ordentlich zu kämpfen hat dagegen. Und dann kurbeln wir schön langsam ein. Sehr gut, ey. Aber der hat auch noch Bock, deswegen lassen wir ihn auch noch ein bisschen ziehen, wenn er Bock hat. So, komm mal ran hier. Sehr schön. Ja, also hier ist auch nochmal die Kombination, wie gesagt, auf klassischer Haar-Montage war hier nichts. Vielleicht hätte ich da auch noch ein bisschen rum experimentieren können und zwar einfach nur mit einmal Pellet oder einfach nur ein Boily. Wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, dass das nicht so viel große Köder auf einmal sind. Bisher sind es auch noch nicht so die richtig großen Brocken hier. Zack, immerhin nochmal ein Spiegel. Kann man machen. Acht Komma ist doch schon wieder ganz okay. Also, kann weitergehen. Hier jetzt nochmal ein Blick eben aufs Setup. Das ist jetzt hier, wie gesagt, die Kombination wieder mit dem Muschel. Muschel, Pop-Up, Mais, 16er, Knoblauch und Muschel. Einzahaken hier komplett. Dadurch, dass ich hier auf der Muschelbank bin, hatte ich jetzt diesmal dieses Ledcore hier verwendet. Dieses bisschen gräuliche. Plus dann einfach nur ein steiniges Blei und dann hier mit 19 Kilo Mono auf der Kaliber HSV hier das Ganze. Und wie gesagt, hier auf meinen Fiederrouten. Ja, wie gesagt, diesmal nicht mit den Karpfenrouten, sondern ein bisschen leichter hier unterwegs, ein bisschen feiner. Muss eigentlich auch gehen. So, das wieder raus damit. Hier ein bisschen zuppeln. Ja, wir haben jetzt gleich hier 4 Uhr und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Futter rausbringen. Sehr gut, dann geht's los hier in den Morgenstunden. Ja, jetzt so bis zur Mittagszeit. Das wäre doch jetzt ideal nochmal hier für ein paar feiste Karpfen. Bisher leider noch keine Barbe. Alles Spiegelkarpfen bisher hier an der Stelle. Zack, gucken wir mal, ob da was geht. Oder ich schmeiß tatsächlich die Barbenmische rein. Hm, vielleicht verjagen wir dann die Spiegelkarpfen und wir haben dann eher nochmal eine Barbe hier. Wäre eigentlich ganz interessant, ne? Oder ich ballere einfach alles beides rein. Einmal hier. Ja, beziehungsweise, ich gucke mal. Also, ich würde sagen, ich gucke mal nach der, hoppala, nach der Barbenmische. Testen wir das mal. Testen wir mal die Barbenmische. Barbe Original war das, ne? Da ist Barbe Original plus Muschel. Das Ganze hier auf 17 Meter. Es bimmelt aber auch schon wieder los. Sehr gut. Also, auf 17 Meter geklippt. Zack, genau dahin. Perfekt. So, direkt alles wieder rein. Und dann gucken wir mal, ob da noch ein bisschen Wirkung kommt. Irgendwas passiert. Barbe wäre natürlich sensationell. Bevor wir hier den ganzen Spot haben, voll haben, nur mit kleinen Spiegel. Ei, 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 ei. Naja, aber immerhin kriege ich die mit dem Fiederroten raus, ne? Kein, kein gewaltiger Drill. Und entspannt bisher entspannt rangeangelte Brocken hier. Genau, so ist ja das andere Setup hier. Einmal mit Muschelgrün, einfach nur Pop-Up und Muscheldip. Wie gesagt, ohne PVA oder Futter bisher. Einziger Haken drauf. Ja, 18er LED-Core hier. Und das Ganze alles natürlich abgestimmt. So ungefähr hier auf die HSV. Die halt auch noch nicht gepimpt ist. Da warte ich auch noch ein bisschen mit, bis ich die ein bisschen pimpe. Die kann ich noch ordentlich mehr verschleißen. Und dann geht es irgendwann in die Reparatur und ins Upgrade. Vorher noch nicht. Schön gebimmel und gebammel auf den ganzen Routen. Jetzt fehlt nur noch die dritte. Die darf auch noch mit einsteigen. Und da zieht schon einer rüber, ne? Irgendwas Lüdes? Irgendwas Lüdes. Einmal anschlagen. Irgendwas Kleines, was es nicht mal geschafft hat, die Rute runterzukriegen. Ne, ne? Eine Schleie. Alter, jetzt gehen hier die Schleien auch noch drauf. Mit der Barbenmische, oder was? Ich meine, so eine Goldschleie nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Ob die Goldschleier fressen die Muscheln? Ah, Krebsfleisch vielleicht eher noch. Na, gucken wir mal. Komm, Alter, entscheide dich. Fries das Essen und dann ab dafür. Oh, vielleicht ist es ein Amur. Vielleicht ist es ein Amur, der jetzt so ein bisschen länger rumzuppelt. Ja, ist dran. Ne, einfach irgendwas Kleines, Unentschlossenes. Zack, die nächsten kleinen Spiegler. Hm, also, da muss noch ein bisschen was gehen. Vielleicht kann man aber auch hier tatsächlich mit gänzlich anderen Ködern nochmal rumhantieren. Also nicht nur speziell auf Muschel getrimmt. Wobei das halt naheliegend ist, ne? An so einer Muschelbank einfach mal die Muschel als Köder auch reinwerfen. Und ich meine, solange das hier funktioniert und man fängt hier, kann man sich ja tatsächlich auch schon mit leichterem, feinerem Setup hier mal hinstellen und sein Glück probieren. Allerdings würde ich auch hier versuchen, ähm, ja, ich sag mal, auch in dem harten Drill müsste man natürlich gucken, dass man die Fische dann hier in die Ecke irgendwie drillt. und das kann ich mal eben kurz schauen, ob ich das rauskriege. Von der Entfernung her sind wir dann bei, wenn wir hier stehen, bis hinten in die letzte Ecke bei so ungefähr 80, 90 Meter. Ja, das passt doch ganz gut. Ähm, ja, sollte man also gut hinkriegen, auch mit einem leichteren, feineren Setup. Aber ohne Scheiß, im Moment bin ich echt angetan. Vielleicht wechsle ich gleich noch alle drei Routen auf diese Kombination hier mit Boily plus Mais. Ähm, scheint ja auch gut zu gehen. Und da sind jetzt auch durchschnittlich die größeren Brocken dran, weil ja auch der dickere Boily hier drauf ist. Von daher wäre dann der Durchschnittskescher auch schon wieder größer. Zack, der nächste Spiegel. Also, so machen wir das. Ich mach hier gleich noch ein bisschen weiter. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren, damit die nächsten Videos nicht verpasst werden. Denn da kommen jetzt demnächst auch noch ein paar Spinning-Tutorial-Videos. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.